Ich gewinne das Rennen, ich gewinne das Rennen. So Leute, wir sind heute mal unterwegs in der GOTS-Rolle und das ist wirklich einer der besten Mods, die ich bislang auf meinem Kanal hatte. Wir haben ganz normal die Crewmate-Rolle, können allerdings vom Imposter nicht umgebracht werden. Aber was die Rolle genau kann, das verrate ich euch gleich. Aber Leute, bevor es losgeht, nehmt euch nochmal kurz zwei Sekunden Zeit und lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Und gerne auch mal in die Kommentare weitere Rollen-Ideen schreiben, würde mich mal interessieren. Schaut auch gerne bei meinem zweiten Kanal vorbei, den Kanal CPAT. Da kommen täglich Roblox-Videos online, der Link ist ebenfalls in der Beschreibung. Und ja, ich würde sagen, wir legen mal sofort los mit der GOTS-Rolle, denn ich kann natürlich durch Tische... Moment, ich muss ganz kurz aufpassen, dass Dr. Kimmo mich nicht sieht. Ich kann erstens alles sehen in der GOTS-Rolle, das ist schon mal, denke ich, ganz, ganz nice. Dann kann ich als Crewmate selbstverständlich auch noch vanteln, gar kein Problem für uns. Wir können in den Vants auch noch laufen, auch mega, mega verrückt. So, weiter geht's. Wir können den Geister-Chat sehen und wir können Geister sehen. Und Leute, natürlich, es ist noch nicht alles. Wir sehen sogar die Imposter. Oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Warum wird hier reported? Noah ist schon rausgeflogen. Wir sehen einfach, Ellie und Leonie sind die Imposter. Natürlich werde ich jetzt nicht Knallgas auf die gehen. Allerdings werde ich trotzdem mal gucken, was passiert, wenn die mich töten, weil... Die können mich nicht töten, Leute. Wenn sie mich töten, passiert zu weit, ich weiß gar nichts. Aber gut, Pat, warum läufst du vom Licht weg? Ah, okay, ich hätte echt nicht vom Licht wegrennen sollen. Bin vorbeigelaufen, war ein bisschen lost, aber ihr könnt mich verfolgen. Habe nichts getan. Das ist eine Zuschauerrunde, also falls ihr Bock habt, mal dabei zu sein, schaut gerne auf meinem Discord-Server vorbei. Link ist ebenfalls in der Beschreibung. Dann könnt ihr auch mal mitmachen bei so Zuschauerrunden. Lasst uns skippen. Oder hat einer blau gesehen? Ja, wir haben auf jeden Fall jede Menge coole Funktionen. Plus, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich kann sogar, wenn ich gleich möchte, auch als Crewmate sabotieren. Genau, also das volle Programm, was wir hier in der Gottsrolle haben. Okay, schreiben wir einfach mal Skip in den Chats rein. Zwei Imposter habe ich eingestellt. Pat tut gerade sehr lost, als hätte ich irgendwas verbrochen. Also das ist ja wirklich skandalös. Wir hatten schon eine Runde davor aufgenommen, aber ja, da hat nicht alles funktioniert. Okay, und jetzt werde ich das richtig, richtig provozieren, dass die Imposter mich töten. Das wird so lustig, Leute. Es wird wirklich so lustig. So, schauen wir mal ganz kurz. Wo haben wir die Imposter? Elli war auf jeden Fall ein Imposter. Deswegen laufe ich jetzt einfach mal Elli hinterher. So, Elli geht jetzt hier hin. Lol, wie? Okay, das war ja schon super auffällig, ne? Das war schon super auffällig. Leonie ist ja auch Imposter. So, dann gehe ich mal weiter Elli hinterher. Ich möchte nämlich eigentlich, dass Elli mich töte, damit die so richtig so sich denkt, was? Was geht denn jetzt hier ab? Ich kann natürlich auch durch Wände laufen. Das habe ich ja noch gar nicht erwähnt, aber... Okay, Leonie hat sich schon so gedacht, was zur Hölle macht der Junge da? Aber okay, das war schon mal ganz lustig. Leonie läuft mir weiter hinterher, wie man sehen kann. Also, Leonie... Ich gehe extra hier in die Ecke, würde ich sagen, damit mich Leonie perfekt töten kann. Hey, Leonie ist auf jeden Fall Imposter. Also, es wird zwar jetzt nicht mehr angezeigt, aber Leonie ist auf jeden Fall Imposter, soweit ich weiß. Aber Leonie hat wahrscheinlich gesehen, okay, die Camps sind an und Leonie kann mich jetzt nicht töten, dementsprechend. So, wo ist denn jetzt der Zweite? Oh, Leonie, 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 Leonie. Und, killt mich Leonie? Killt mich Leonie? Lol, Leonie ist einfach vor mir gewähnt. Sie weiß einfach... What? Okay. Oh, hier ist Ellie. Killt mich Ellie? Ellie war ja auch Imposter. 0, 3, 7, 2... Nee, ich wurde nicht gekillt von Ellie. Man! Aber ihr seht, Leonie und Ellie sind Imposter. Also, das ist eine ganz klare Geschichte, würde ich sagen. Was ist denn? Wo? Pat ist tot. Nein, Pat... Hä? Achso, die hat mich umgebracht! Ach, die hat mich schon umgebracht! Lol! Hä? Aber bei mir ist gar nichts passiert. Also, ihr habt's gesehen. In der Gottesrolle bei mir ist einfach gar nichts passiert. Hä? Aber er lebt's noch. Nein, ich bin nicht tot. Hä? Dann lag Orange in Schiels. Ha, ha, ha. Er hat locker einen Mods. Äh, aber Leonie, das fand ich nicht nett von dir. Ach, ich wurde gekillt, aber ich hab's gar nicht mitbekommen. Lass uns Leonie, äh, kicken. Hä? Há, ha, 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 ha. Aber, Erklärungen schreibt jetzt Ellie in den Chat. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt meine Nachrichten lesen können. Schreibt ne Eins in den Chat. Interessiert mich jetzt mal selbst. Ich weiß nicht, ob die noch meine Nachrichten lesen können. Eins. Ich schreib einfach mal ne Eins rein. Könnt ihr mich lesen? Schreibt ne Eins in den Chat. Eins. Okay, die Toten können mich auf jeden Fall lesen. Aber was ist denn mit den Leuten, die jetzt noch leben? Ach man, ich kann wohl nicht mehr mit den Leuten schreiben. Schade eigentlich. So, dann würde ich sagen, ich gehe einfach mal auf Leo und die drauf. Aber in der Gottesrolle ist einfach gar nichts passiert. Also ich selbst könnte mich auch gar nicht reporten. Anscheinend können die meine Nachrichten nicht lesen, weil sonst hätten die anderen auch alle weiterhin was in den Chat geschrieben. Beziehungsweise die hätten auch nur eins in den Chat geschrieben. Ich bin mal gespannt. Ja, gelb, das war vorhin auch schon mal. Wer ist das? Ach man, aber eigentlich umso besser, dass Leo und die anderen meine Nachrichten nicht lesen können. Weil ganz ehrlich, wenn ich es die ganze Zeit schreiben würde, so ja, der und der ist es und keine Ahnung, Pat ist Sass. Ja, die können mich ja rausvoten, wenn die wollen. Das bringt einfach gar nichts. Ich habe auf niemanden einen Sass. Was? Okay, Leute, dann machen wir das gleich noch ein bisschen lustiger. Ich werde jetzt nämlich nochmal eine Schippe drauflegen, weil in der Gottrolle können wir alles, Leute. Deshalb werden wir jetzt nochmal schön sabotieren. Ähm, Shields lag die Leiche schreiben. Ihr habt es gesehen, bei mir ist nichts passiert. Aber das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum Leonie einfach weggewandet ist. Ich dachte schon so, hä, warum, äh, wandet jetzt einfach Leonie weg? So, ich mach mal Reaktorsabotage. So, zack. Hahaha. Noah läuft mir hinterher. Wir können übrigens auch Geister sehen in der, äh, Rolle. Also in der Gottrolle. Ne, deswegen wundert euch nicht, wenn wir hier die Geister sehen können. So, sieht mich Lostball? Ich glaub, die sehen mich aber auch gar nicht. Kann das sein? Also Noah sieht mich, aber ich glaub, die anderen Spieler sehen mich nicht mehr. Kann das sein? Weil, äh, wenn die mich alle sehen könnten, ich denke, die würden mir schon hinterherlaufen. Naja, gut. Fakt ist, wir können ganz normal die Aufgaben weitermachen. Die waren unsterblich für die Mörder. Und das ist ja, denk ich mal, schon eine ganz, ganz, äh, lustige Sache. So, Dead Body Report. So, ich bin immer noch drin. Wer ist jetzt gestorben? Dr. Kimbo und DK03. Ah, ja, okay. Wo, äh, lol. Hier ist mein Name auch übrigens in rot, wie wir sehen können. Zurkis. Es war weiß, hab es in Camps gesehen. Herr Pat ist sogar im Toten-Chat. Hahaha. Ich lese euch auch. Also den, äh, Toten-Chat. Hahaha. Die sind ja total verwirrt. Wo ist die Leiche? Fragt Leo. Nie habe das Blut in den Schatten gesehen. Fuck's Kitty. Lol, ich wurde einfach einmal gewartet. Aber Ellie, nee, Ellie wurde rausgekickt. Alles klar. Aber ich sperre jetzt einfach mal, äh, Leonie überall ein. So, jetzt. Hahaha. Ah, was geht denn hier ab? Die denken sich wahrscheinlich auch, was geht hier ab? So, jetzt nochmal. Nochmal, Moment. Wart mal, jetzt? Ah, jetzt, jetzt nochmal. Lichter. Lichter. So, jetzt mache ich extra ein bisschen deine Knöpfen. Leute, wir in der Gottrolle. Wir können das natürlich, ne? Ohne Wenn und Aber. So, jetzt wird hier auch ein bisschen was im Chat geschrieben. Das hört man in den Sounds. Lol, DK03. Ach, das ist ein Geist oder was? Hä? Ellie? Ja, das ist ein Geist. Okay. So, ähm. Okay, wir machen nochmal. Wo machen wir die Sabotage? Machen wir Lichter aus? Wir machen Lichter aus. Und, äh, Reaktor. Hahaha. So, komm, ich kümmere mich aber mal um Reaktor, würde ich sagen. Also, diese Gottesrolle ist schon sehr, sehr krass OP. So, äh. Leute, ihr müsst auch Reaktor fixen. Also, das ist ja, das ist ja wirklich der Wahnsinn. So, jetzt nochmal ganz kurz zu den Lichtern. Lichter hatten wir schon lange nicht mehr. Hä, Lichter? Warum gehen die? Ah, jetzt sind die Lichter wieder aus. Okay. Oh mein Gott. Komm, ich mach die Lichter mal. So, zack, zack. Alles aus. Jetzt hier links. Ich werde die ganze Zeit den linken Hebel runterdrücken. Hahaha. Oh mein Gott. Wir sind einfach so am Reintrollen. Oh mein Gott. So, wenn irgendwas rot aufleuchtet, dann sofort umschalten. Nein. Ich gewinne das Rennen. Ich gewinne das Rennen. Hahaha. Oh, was geht denn hier ab? Was geht hier ab? Was wird, mit, mit, mit seinen Mods zwei Sachen. Was, was haben die reingeschrieben? Gefühlt benutzt er gerade alle Mods, die er jemals hatte. Same. Äh, was ist los? Was war das? Schreibt Lost Boss in den Chat. Moment, Pat. Wo bist du die ganze Zeit? Warum kamen mehrere Sabotagen? Ja, das ist die Sache. Ey, Leute. Eine Sache muss ich eigentlich noch machen. Ich muss den Medbay Scan machen und damit herumlaufen. Unter dem Boden. Hahaha. Die sehen mich ja nicht. Stimmt, wo war er? Ich vote einfach mal Leonie. Obwohl, ich kann, doch, den vote ich raus. Ich glaube, äh, Leonie. Ach komm, wir gehen einfach mal auf Leonie drauf. So. Also, meinen Vote sieht man anscheinend auch im Chat. Ich wurde einfach wieder zweimal gevotet. Hahaha. Ey, es ist so gut, wirklich. Aber ich wurde nicht rausgekickt. Ich wurde nicht rausgekickt, Leute. Das ist das Wichtigste, ne? So, dann machen wir sofort den Medbay Scan jetzt. Ich weiß gar nicht, ob die das sehen können. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob die das sehen kann. Ich weiß es nicht. Sieht die das? Ich glaube, Leonie sieht das nicht. Sonst wird die mir wahrscheinlich hinterherlaufen. Aber wir gehen mal ganz kurz hier durch. So, Lichter müssen wieder gefixt werden, ne? Und Reaktor machen wir auch mal sofort. So, und kann ich hier wieder ein bisschen rein schrauben? Okay, komm, komm. Leonie, bemühe dich jetzt. Nein, nicht vergessen, du hast einen Schalter vergessen. Du hast einen Schalter... Nein, jetzt habe ich geholfen, Mann. Egal. Komm, passt's. So, machen wir mal ganz kurz hier die Tür zu. Ich helfe jetzt Leonie beim Gewinn. So, Leonie, gewinn die Runde. Leonie! Warte mal, wo müssen wir denn jetzt hier zu machen? So, zack. So, die sind jetzt beides zu, genau. Leonie, hau ihn doch um! Warum macht Leonie nix? Ich werde jetzt eine riskante Sache machen. Ich werde jetzt jemanden killen. Ich bin mir allerdings unsicher, ob das funktioniert. Also, kann sein, dass ich jetzt aus meinem eigenen Raum geschmissen werde. Versuchen wir es aus. Drei, zwei, eins. Ah, Mist. Schade aber auch. Okay, gut. Leute, es wäre lustig gewesen, aber ich würde sagen, es wäre es gewesen mit der Gottrolle. Wir haben genug getrolled. Wir lassen die nochmal in Ruhe zu Ende spielen. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Abonniert meinen Kanal und schaut gerne bei dem zweiten Kanal Seapad vorbei. Link in der Beschreibung. Da kommen täglich Roblox-Videos online. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao! Bis zum nächsten Mal.